Am 8. Dezember findet die diesjährige Weihnachtsfeier von der Dive Company statt. Beginn ist um 10 Uhr, geht bis 17 Uhr. Um 14 Uhr werde ich persönlich anwesend sein und einen Vortrag halten zum Thema Freitauchung. Freitauchkurse, warum, wieso, weshalb. Es gibt den ganzen Tag über die Möglichkeit, an einem Luftanhalterwettbewerb mitzumachen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, es gibt Bunce, es gibt Kekse. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen am 8.